Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russischer Regierungskritiker Nawalny in Deutschland. Eine Maschine mit dem Schwerkranken an Bord landete um kurz vor neun auf dem Flughafen Tegel. Kurz danach erreichte der 44-Jährige die Berliner Charité. Dort soll er in den kommenden Tagen behandelt werden. Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt deutlich. Laut Robert-Koch-Institut wurden mit 2034 Fällen binnen eines Tages so viele Neuinfektionen registriert wie zuletzt Ende April. Allerdings werden inzwischen mehr Tests durchgeführt. In den Zahlen können auch mehrfach Testungen enthalten sein. Reisewarnung für Brüssel. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in die belgische Hauptstadt. Bisher war in Belgien nur die Provinz Antwerpen betroffen. Für die Einreise nach Deutschland bedeutet dies eine Testpflicht. Protestwelle in Belarus hält an. Tausende Demonstranten bildeten am Abend eine kilometerlange Menschenkette. Sie forderten erneut den Rücktritt von Präsident Lukaschenko. Der Staatschef beschuldigt das Ausland, hinter den Protesten zu stecken. Er kündigte an, die politische Krise in Belarus in den kommenden Tagen beizulegen. FC Sevilla gewinnt die Europa League. Im Finale in Köln schlugen die Spanier am Abend in Tarmailan mit 3 zu 2. Für Sevilla war es bereits der sechste Titelgewinn in der Europa League. Das Wetter, im Süden und Osten Regen, Schauer und zum Teil kräftige Gewitter, sonst teils sonnig, teils wolkig und insbesondere im Nordwesten Schauer. Höchstwerte 21 bis 28 Grad. art. 3 2